Hast du überhaupt am Anfang mit einem Schwert gehauen? Oh, wir sind tot! Ah, der hat so eine Angel! Oh mein Gott, wie sch- Ah, Luca, bau dich hoch! Wir haben eine Angel! Wir haben eine Angel! Nein! Ich hab mein Kaninchen-Pote genommen, weil ich dachte, ich hab die Komplett! Ah! Ich würde mich schon näher mit, was haut der da! Sehr geil! Ja! Damit ein herzliches Willkommen! Wir spielen heute Minecraft! Bad Wars! Mit Luca! Und Kevin! Verfiss dich, Digger! Du bist so kacke! Tschüss! Soll, warum nicht denn? Hier, du stehst in einer Blume! Ja, jetzt start mal hier ne Runde! Ich hab gar keine Ahnung! Immer noch privat oder öffentlich? Ne, mach ne öffentliche Runde! Mach ne öffentliche Runde! Okay, aber wir werden so hart auf die Fresse kriegen, Liga! Das ist aber witzig! Also, Kevin! Wir befinden uns nun auf Atlantis! Hä, ich kann nix einsammeln! Achso! Und es gab schon ein Bad Wars Update! Luca, warum hat man ein Schwert? Warum hat man ein Schwert? Ja, sag ich ja! Das wollte ich dir ja gerade erklären, Kevin! Es gab ein Bad Wars Update! Das Ganze ist jetzt so wie auch auf Hypixel, einem anderen Server! Oh mein Gott! Und es ist sehr schwierig kompliziert zu verstehen, das Ganze! Ich fahrs, Bridget! Ich fahrs, Bridget! Nein! Das war so klar! Äh... Hä, ich bin tot! Wo bin ich denn jetzt? Ne, du, 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 du... Hä, ich bin aus der... Hä, ich bin aus der... Digga, ich bin aus der Luft geflogen! Äh... Ist ja ultra-komisch! Aber warum hat man die ganze Zeit einen Schwert und die ganze Zeit full Ausrüstung, wenn man respawnt? Äh... Das ist irgendwie neu! Weiß ich auch nicht! Würde ich dir erklären, wenn ich's wüsste! Und warum haben wir eine Truhe hier sogar in unserer Base? Ähm... Um unsere Sachen zu verstauen, mein Lieber! Hä? Ich hab... Ich hab auf einmal ein Schild in der Hand! Hä? Wie? Nein! Du kannst kein Schild in der Hand haben! Ich hab auch keins! Ich hab ein Schild in der Hand! Äh... Das, äh... Sehr kurios! Achtung! Wir kriegen Besuch! Ich bin runtergefallen! Unser Bett ist weg! Ich bin tot! Und ich auch! Ich hab... Ich hab beide! LOL! Echt jetzt! Lebst du doch? Nee! Egal, du musst gewinnen, Luca! Ja, eigentlich... Ähm... Nee, Spaß springer! Ähm... Aber sag irgend so einen coolen Abschieds... Oh! Nein! Mach den doch kaputt! Ah... LOL! Okay, wir machen eine neue Runde! Woah! Ey! Da ist ne richtig geile Map! Wirklich richtig geile! Tippies! Die kenn ich noch! Die ist so geil! Die kenn ich noch! Luca, wir müssen die Runde gewinnen! Wenn wir die Runde gewinnen! Wenn wir die Runde gewinnen! Wenn wir die Runde gewinnen! Gebe ich dir... 10 Euro! Na, ich bin dafür! Wenn wir die Runde gewinnen! Sollten! Dass du einfach 5 mal GOMMA HD Premium verlost! Wie viel kostet das? Das ist es! 10 Euro! Also 50 Euro! Ja, okay! Machen wir! Wenn wir die Runde gewinnen! Verlose ich das! Dann krieg ich schon wieder Besuch! Warum denn? Oh! Weiß ich ja jetzt nicht! Ob das so sein muss! Oh nein! Das ist... Untergefallen! Das war ja wirklich wieder! Tötin! 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 Ja, der baut sich hier wieder so drauf hoch, man! Guck, der hat auch ein... Der hat auch ein Schild gehabt! Oh nein! Das ist... Achtung, Luca! Tötin! Drei Herzen! Mein Lieber! Das läuft nicht mehr, glaub ich! Nein! Wenn du jetzt runterfällst, dann bin ich tot! Weil ich hab 3 Herzen! Achso! Der braucht mich ein oder zweimal schlagen! Nee, ich hau den jetzt einfach... Pass auf! Gib mir Blöcke! Gib mir Blöcke! Gib Blöcke! Ah! Nein! Oh nein! Er ist nicht runtergefallen! Luca! Ah! Oh, er ist runtergefallen! Ja, er ist runtergefallen! Er ist unten! Oh! Wir sind tot! Wo kommt der denn her? Ich weiß nicht! Ja! Nein! Ich bin tot! Ah! Ich bin auch tot! Ach, Digga! Machen wir mal ne Runde, wo wir cheaten können! Mach mal so ne Runde, wo du cheaten kannst! Mach Sky Wars! Dann kann ich auch keinen Joy-Me machen, ne? Also wir müssen ne Öffentliche... Ja, Geh! Joy-Me ist halt der Befehl! Ich kann keine Runde füllen! Dann mach ne Öffentliche Runde! Sky Wars! Ich mach... Warte mal, welches hat man damals immer gespielt? Man hat damals immer... Ja, ich hab... Ich hab Tank! Ähm... Oh nein! Die kommen jetzt hierher! Ich komm lieber zurück! Hier! Da ist es dir, Schwetter! Die kommen her, Luca! Die kommen her, Luca! Ich baue mich hoch! Oh... Weiß ich nicht! Das wird... Glaube ich... Ich baue mich hoch! Ja, baue dich mal hoch! Ich... Ich regele von hier unten! Ich baue mich hoch! Ich baue mich einfach über die! Ey! Die haben halt auch einfach komplett krankes Equipment, ne? Ich boxe die einfach runter! Ah! Der hat so ne Angel! Oh mein Gott! Wie schnell kann man sich hochbauen mit diesem Sprung? Der hat ne Angel! Hä? Was machst du denn hier? Die haben mich noch weiter hochbauen! Ah! Luca bau dich hoch! Der hat ne Angel! Ah! Luca! Wir müssen nach unten, Kevin! Ich mach jetzt MLG! Ich mach MLG! Ah! Ja! Ich hab's geschafft! Ich hab's! Oh mein Gott! Ich bin tot! Ich hatte ne Enderperle! Ich hab's nicht gesehen! Verdammte Axt! Luca, du gewinnst noch! Töte den! Du hast... Oh Mann! Ich hab's Bock doch nicht! Hast du überhaupt am Anfang mit nem Schwert gehauen? Nein! Ich hab meine Kaninchenpfote genommen, weil ich dachte, das fliegt dann weg! Ja, das war ein Rückstoß eigentlich! Man! Ey, wir müssten so ne Cheatrunde machen, sonst wird das nichts! Äh, wir haben Besuch. Nee, oder? Oh, doch. Hast du eine Enderperle? Ja. Dann lass mal in die Mitte. Jetzt, oder was? Ah! Ah, Luca, ich bin in der Außenmitte. Ich bin in der Außenmitte. Oh mein Gott, nein. Ich komme. Sag Bescheid, ob einer kommt. Ja, da kommen 10.000 Leute. Töte den. Der hackt. Ich kann den nicht schlagen. Der hackt auch. Ja, 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 ja. Wo bist du hin? Unsichtbar. Komm, einer über uns. Bau unser Bett ein. Luca, bau unser Bett ein. Bitte, bitte, bitte. Wir dürfen nicht wieder verkacken. Er ist schon unten. Oh mein Gott. Er ist schon unten. Bau unser Bett mit Endstein ein. Nein, mit Badrock. Ja, ja, okay, okay, okay. Oh mein Gott. Ich hatte gerade echt Panik, Luca. Oh, was ist das denn? Wo, was ist das denn für ein neuer Spawner? Der ist ja mega OP. Ich aktiviere gleich den Goldspawner. Gib mir mal den Goldspawner. Warte, du musst aufstehen und dich dreimal im Kreis drehen. Dann ist er aktiviert. Der heilige Goldspawner. Er hat funktioniert. Da kommt einer zu uns. Wo ist er? Über dem. Hinter dir da. Der will das Bett abbauen. Hast du es eingebaut, das Bett? Ja, er kann es nicht abbauen. Er kann es nicht abbauen. Tschüss. Oh, ich backe rum. Hä? Ich habe dich eingefriert. Luca, Digga, ich kriege Anfall. Wie kann ich das? Ach so. Das sah gerade übel creepy aus. Leute, wo ist er denn jetzt hin? Ich habe ihn hochgeschneidert. Ey, Kevin. Wir haben ja nicht versucht, immer unser Bett abzubauen, aber es geht nicht. Ah, ich treffe ihn nicht. Hör auf. Mach den weg hier. Warte, ich haue jetzt nach, von dir aus rechts. Ne, warte, warte. Da. Tod. Oh, das ist ein Gegner bei uns. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mache, okay? Ich gehe lieber in Deckung. Mach. Oh mein Gott. Hörst du das? Luca, er will mich töten. Ne, was war das? Ich kann einfach so ein, ja, warte. Ich kann so Kanonfeuer machen. Luca, baue mal das Bett schnell ab von den Gegnern. Sicher? Wo bin ich denn jetzt? Was machst du? Es blitzt. Es blitzt auch bei mir. Guck, wie OP ich bin. Ne, Tim. Der Ender Drache hat es einfach kaputt gemacht. Du musst ihn nur töten, nur vom Weg runterhauen. Ach, der Ender Drache hat ihn runtergehauen. Hä? Loll. Hä, der hat eine Ender Perle gehabt. Äh, Junge. Der hat einfach eine Ender Perle. Hast du ihn getötet? Ne, du hast ihn umgebracht. Da steht, von Crashgans getötet. GG. Evan, wir haben unsere allererste Bad Wars Ritte gewonnen. Und zwar mit fairen Mitteln. Ja, ja, let's go. Leute, lasst 10.000 Likes da. Ciao. 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 Untertitelung. BR 2018